Vielen herzlichen Dank für die ausführliche Einführung und Vorstellung und auch für die Einladung zu diesem Symposium, das ich natürlich sehr gerne angenommen habe. Und ich habe da ein Thema aufgegriffen, das mir auch die Elana mal nahegelegt hat. Wir haben öfters darüber gesprochen, es gibt da doch diese Else Hoffmann, über die man mal recherchieren sollte und über die man eigentlich recht wenig weiß und ich habe mir das irgendwie zur Aufgabe gemacht, dem etwas nahe, irgendwie etwas nachzugehen. Ja, 2008 wurde im Hof 9, dem Campus der Uni Wien, ein Denkmal für die Ausgegrenzten, Emigrierten und Ermordeten des Kunsthistorischen Instituts Wien feierlich eingeweiht. Sie kennen dieses Denkmal alle, also wenn man dort auf das Institut kommt, steht jetzt dieses Denkmal vor dem Institut und es zeigt einen zweigerissenen runden Tisch mit umstehenden Lernstühlen, in dessen Mitte ein Baum gepflanzt wurde. Eingraviert ist in eine Glasplatte sind die von Studierenden ermittelten Namen der Vertriebenen zu lesen. Die Ergebnisse ihrer Recherche wurden im selben Jahr dann in einer Ausstellung gezeigt und es gibt eine Datenbank, in der man die Ergebnisse nachlesen kann. Ja, unter diesen Namen findet sich auch jener von Else Hoffmann, eine der aktivsten Kunstpublizistinnen der Wiener Zwischenkriegszeit, die 1939 nach New York emigrierte. Von 1931 bis 1938 arbeitete sie als Redakteurin für Architektur und Kunstgewerbe für die renommierte Zeitschrift Österreichische Kunst. Seit Mitte der 20er Jahre publizierte sie regelmäßig in zahlreichen Wiener Tageszeitungen angesehenen Fachzeitschriften und sogenannten Frauenzeitschriften über historische, zeitgenössische und jüdische Kunst sowie über moderne Architektur. Einen Großteil ihrer Texte widmete sie Künstlerinnen, darunter auch etlichen Frauen, die eben für die Wiener Werkstätte arbeiteten. Ja, auch wenn sich der Name Else Hoffmann zu Recht unter jenen der Vertriebenen befindet, so war sie doch keine Kunsthistorikerin, wie das gemeinhin in der spärlichen Literatur oder auch in der erwähnten Datenbank nachzulesen ist. Die biografischen Daten sind leider nicht korrekt. Die hier genannte Dissertation aus dem Jahre 1924 über einen Dramatiker des 18. Jahrhunderts stand nicht von Else, sondern von einer Elisabeth Hoffmann. Wenig verwunderlich, dass ich im Archiv des Kunsthistorischen Instituts auch keine Unterlagen zu Else Hoffmann, die eben eine promovierte Philologin war, finden. Der Doktortitel war wichtig, denn zeitlebens firmierte sie ihre Artikel mit Dr. Else Hoffmann oder auch einfach Dr. E.H. Für Frauen, die sich über ihren Beruf definierten, war der akademische Titel ein symbolisches Kapital, so könnte man sagen. Er verliehe ihrer Stimme Gewicht und ihren Texten garantierte er Seriosität. Unter den akademisch gebildeten Frauen war Else Hoffmann eine Pionierin. 1919, als das Frauenstudium in Österreich endlich für nahezu alle Fachbereiche eingeführt wurde, hatte sie in Graz bereits promoviert. Ja, wer war also diese Else Hoffmann? Wo hat sie ihre einschlägigen kunsthistorischen Kenntnisse erworben? Wie war es möglich, dass eine Quereinsteigerin im Bereich der Kunstpublizistik Anerkennung fand? Was motivierte sie, sich besonders für zeitgenössische Künstlerinnen und Architektinnen zu engagieren? Ja, deshalb erlauben Sie mir, ein wenig auszuholen und auch das biografische Umfeld von Else Hoffmann genauer zu beleuchten. Auch wenn sich nur wenige Hinweise auf ihre Biografie, also ihr privates Leben finden lassen, so ist es doch möglich, über das gut dokumentierte familiäre jüdische Umfeld Rückschlüsse auf ihre Biografie, ihr Leben zu ziehen. Die meisten Informationen stammen von ihrer um rund zwei Jahre jüngeren, 1895 geborenen Schwester Martha Hoffmann, die als Schriftstellerin und engagierte Zionistin einige Bekanntheit erlangte. In einer Untersuchung von Sonja Niederacher über Eigentum und Geschlecht fungierte die Familie Hoffmann als Fallbeispiel. Ihren Ausführungen ist zu entnehmen, dass Else Hoffmann in einer liberalen jüdischen Wiener Familie Aufwuchs die großen Wert auf die Akkulturation legte und den weiblichen Familienmitgliedern eine hochwertige Ausbildung zukommen ließ. Unter den sechs Töchtern befanden sich drei Akademikerinnen, unter den drei Söhnen nur ein akademischer Maler. Else Hoffmann wurde 1893 als siebtes Kind von Henriette, geborene Hock und Edmund Hoffmann, einem wohlhabenden Holzhändler in Wien geboren. Besondere Beachtung verdient die Familie mütterlicherseits. Nachkommen einer angesehenen Prager Rabbinerfamilie, in der es schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einige hochgebildete Frauen gab. Also frauenpolitisches Engagement hat in dieser Familietradition, die Erwerbstätigkeit von Frauen war keine Ausnahme. Das war für Else Hoffmann sicherlich ein Vorbild. In diesem großbürgerlichen aufgeklärten Umfeld verbrachten die Kinder der Familie Hoffmann vor dem Ersten Weltkrieg eine sorgenfreie Jugend. Neben dem mehrsprachigen Privatunterricht und einer gymnasialen Schulbildung zählten natürlich die Förderung Musik, Literatur, Theater und so weiter zur Allgemeinbildung. Wenig überraschend, dass Else 1908 anlässlich des Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Josef ein selbst verfasstes Gedicht, vermutlich im Burgtheater Vordruck und dieses eine Foto, das Sie hier sehen, zeigt sie bei diesem Ereignis. Der jährliche Höhepunkt war die Sommerfrische im Salzkammergut, wohin es viele jüdische Familien und Künstlerinnen zog. Die Hoffmanns weilten meist in Unterach am Attersee, wo die Mädchen in Dirndl und Trachten herumliefen und eine ungezogene Jugend verlebten. Ob Else Hoffmann wie ihre Schwester Martha eine Absolventin der Schwarzwaldschule war, ist nicht bekannt. Immerhin verfasste sie dann in ihrer Emigration in der New Yorker Austria-American Tribune 1943 einen Artikel über Edith Kramer, eine Schwarzwaldschülerin. 1913 maturierte Else an einem öffentlichen Mädchengymnasium begann an der Universität Wien ein Studium der klassischen Philologie, Archäologie und Philosophie, das sie im Weltkrieg unterbrach, um freiwilligen Pflegedienst zu leisten. 1916 setzte sie ihr Studium zusammen mit ihrer Schwester Martha, die die gleiche Fächerkombination wählte, an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin fort. In einem biografischen Essay erwähnt Martha, dass sie in Berlin Kontakt mit Herbert Walden und den Expressionisten hatten. Die Aufgeschlossenheit für die Künstler der Avantgarde teilten sie mit einem anderen prominenten Schwesternpaar, nämlich Rosa und Anna Shapire. Rosa Shapire, die jüngere Schwester der in Wien lebenden Sozialwissenschaftlerin Anne Shapira Neurath, also das war übrigens die erste Frau von Otto Neurath, hatte 1904 in Heidelberg als Kunsthistorikerin promoviert und setzte sich als Autorin und Mäzenin zeitlebens für die Künstler der Brücke und ganz besonders für Karl Schmidt-Rottloff ein. Sowohl die Semester in Heidelberg 1920 in Wien promovierte, zog es Elsa 1919 nach Graz. Der Grund ist nicht bekannt. Sie spricht rückblickend von Schicksalsführungen. Hier promovierte sie 1919 mit einer Arbeit über das Leben und die Werke des Varro von Artax, einen römischen Dichter des ersten Jahrhunderts. Ein 1945 verfasster Rückblick aus dem New Yorker Exil auf ihre Studienzeit in Graz fällt äußerst positiv aus. Hierin beschreibt sie die anregende Atmosphäre und Aufbruchstimmung in Künstlerkreisen und den 1919 gegründeten Werkbund Freiland, einem losen Zusammenschluss von Kunstschaffenden aller Spaten, vorzugsweise von Literaten, die sich als Vorkämpfer der Moderne und vor allem des Expressionismus verstanden. Besonders beeindruckt war sie von Ernst Fischer, dem Redakteur des Arbeiterwillens und dem späteren KPÖ-Politiker. Unter den Künstlern finden Axel Leskoschek, Fritz Silberbauern, Wilhelm Töni Erwähnung. Über alle hat er dann später Artikel verfasst. Hofmann fühlte sich in diesem künstlerischen Zirkel gleichgesinnter gut aufgenommen, knüpfte Netzwerke, trat in die sozialistische Partei ein, interessierte sich für Architektur und Kunstgeschichte. So beteiligte sie sich an den Führungen des Grazers Kunsthistorikers Karl Gazzarolli-Turnlack, also dem späteren Direktor der österreichischen Galerie. 1919 publizierte Else im Grazer Leihkampferlag den Gedichtband Die Gespräche, eine zyklische Dichtung, ein etwas akademischer, trockener Text, der anlässlich einer Lesung von Ernst Fischer, man könnte fast sagen vernichtend, kritisch rezensiert wurde. Er schreibt, Else Hoffmann, es kündigt nicht, über dem Leben prüfend und klug zu sinnen, man muss es erleben, mit Magd und Blut, denn Kunst ist nichts anderes als konzentriertes Leben. Else nahm es ihm nicht übel, veränderte aber den Fokus. Möglicherweise hat sie seinen Rat befolgt und genoss die Grazer Zeit und Künstlerkreisen. Hier dürfte sie sich jedenfalls ein profundes Wissen und eben über den Kontakt mit den zeitgenössischen Künstlern ein Verständnis für die Kunst und die Architektur angeeignet haben. Ja, die Rückkehr nach Wien um 1924 steht vermutlich im Zusammenhang mit dem Tod des Vaters 1923 und das zionistische Engagement ihrer Schwester. Diese hatte 1925 in der WIZO, der Women's International Zionist Organization, der ersten weltumspannenden zionistischen Frauenbewegung, die Zentralstelle für Kulturarbeit übernommen. Für die 1930 erschienene Festschrift zehn Jahre WIZO steuerte Else einen Beitrag über das jüdische Kunstgewerbe im Reich der Frau bei. Eine vergleichsweise regelmäßige Berichterstattung über jüdische Kunst und Künstlerinnen findet man sonst nur bei Kunsthistorikern, wie zum Beispiel Max Eisler oder Wolfgang Born, die eben auch beide jüdischer Herkunft waren. Ab 1925 begann Hoffmann eine rege journalistische Tätigkeit in jüdischen Tageszeitungen und Zeitschriften, wie in der Wiener Morgenzeitung oder Menorah, in der linksliberalen Zeitung der Tag oder auch in der liberalen Neuen Freien Presse. Unter den Publikationsorganen finden sich auch ausgefallene Medien, wie die von China Kaus herausgegebene Zeitschrift des Bundes für Mutterschutz, die Mutter, für die sie eine zehnteilige Serie zum Thema das Kind in der bildenden Kunst verfasste. Dazu passt auch, dass sie für die Ausstellung im Wiener Messepalast Frau und Kind die Abteilung die Schlafstätte im Wandel der Zeit arrangierte. Daneben engagierte sich in der Volksbildung unzählige Vorträge hielt sie im Wiener Frauenclub, im jüdischen Zentrum, in der sozialen Hilfsgemeinschaft Anita Müller, im jüdischen Museum, in der Akademie der Wiener Orangia und in diversen Volkshochschulen. Daneben bot sie Führungen in Ausstellungen, Museen, Galerien, Ateliers an. Sie referierte über klassische kunsthistorische Themen mit einem Schwerpunkt auf die italienische Renaissance, aber auch über bedeutende Frauen der Renaissance oder auch einfach über den Bubikopf, die kurzer Frisur der modernen Frau, die sie selbst trug. 1926 eröffnete Else Hofmann in der elterlichen Wohnung in der Bonte Gasse 13 im dritten Wiener Gemeindebezirk das Wiener Studio. Hier bot sie Kurse für Kunsterziehung, Geschmacks- und Wohnkultur, Beratung bei Inneneinrichtung, Kunstwanderungen oder Vorbereitungen für Kunstreisen, zum Beispiel nach Paris, Florenz oder Berlin an. Die intensive freiberufliche Tätigkeit als Journalistin und Kunstvermittlerin kompensiert natürlich die fehlende Fixanstellung im Wissenschaftsbetrieb, unter der natürlich auch viele promovierte Kunsthistorikerinnen litten. Die ersten Kunsthistorikerinnen waren als Mitarbeiterinnen im Museen gerne gesehen, leisteten Zuarbeit, wurden aber nicht oder schlecht entlohnt. Ihr frauenpolitisches Engagement führte Hoffmann zum Bund Österreichische Frauenvereine, dem 1902 gegründeten Dachverband der bürgerlich-liberalen Frauenvereine. Ja, für das vom BÖF 1928 bis 1938 herausgegebene Vereinsorgan, die Österreicherin, wo sie auch im Unterausschuss der Pressekommission für Kunst tätig war, verfasste sie zahlreiche biografische Artikeln über Künstlerinnen und ihre Ausstellungen. Mit ihren Artikeln prägte sie die Rezeption österreichischer Künstlerinnen nachhaltig. Künstlerinnen betrachtete sie aber auch unter einem nationalökonomischen Gesichtspunkt, die, wie sie schrieb, ein aktiver Teil unserer Volksgemeinschaft werden sollen und bei geeigneter Förderung werden können. Talent ist genug vorhanden. Naheliegend, dass ihr die jüdischen Künstlerinnen ein besonderes Anliegen waren. So schrieb sie 1928 über die in Südafrika lebende, in Deutschland ausgebildete und von Max Pechstein besonders geförderte Irma Stern, die als Malerin nicht westlicher moderner Kunst ihr Interesse weckte einen wichtigen Artikel. Wichtig war zu betonen, dass, Zitat, die Negerkunst nicht verheerend, wie viele unserer Kulturkämpfer glauben, sondern bereichernd wirke. Der Seitenhieb auf die rassistische Kulturpolitik des aufkommenden Nationalsozialismus ist bemerkenswert und zeugt von klarer Haltung und Weltoffenheit. Eine weitere Außenseiterin, der sie einen ausführlichen Artikel widmete, ist die französisch-israelische Bildhauerin Hannah Orloff. Hoffmann hatte sie 1926 in Paris kennengelernt und in ihrem von Auschüsperet erbauten Atelierhaus besucht. Orloffs voluminöse Skulpturen, die einen glatten, kubischen Stil charakterisieren, verglich sie mit jenen der Wiener Tierbildhauerin Hannah Gärtner, der ersten Absolventin der Akademie. Damit reihte sie die Wienerin in den internationalen Kontext ein. Neben den bildenden Künstlerinnen galt ihr Interesse den Kunsthandwerkerinnen der Wiener Werkstätte, die nun auch in dieser Ausstellung im Markt gewürdigt werden. 1930 und 1931 verfasste sie einige Beiträge für die Zeitschriften Deutsche Kunst und Dekoration und Innendekoration. Diesen profunden Fachbeiträgen dürfte sie auch ihre Redakteursstelle in der Zeitschrift Österreichische Kunst zu verdanken haben. Den umfangreich illustrierten Artikeln ist zu entnehmen, dass sie die Künstlerinnen, die allesamt Mitglieder der 1926 von Fanny Halfinger gegründeten Wiener Frauenkunst waren, persönlich kannte und in ihren Ateliers aufsuchte. Darunter findet sich auch einer der wenigen Artikel der 1941 nach Polen deportierten und ermordeten Bildhauerin und Keramikerin Grete Neuwalder Breuer. Ihre in Ton geformten, glasierten und bemalten Keramiken vermitteln einen Hauch von Exotik. Des Weiteren berichtete sie über die E-Mail-Künstlerin Mithi Friedmann-Otten, die Wiener Neuwalder eine Astronautschülerin war. 1943 besuchte Hoffmann die in die USA geflüchtete Friedmann-Otten in ihrem New Yorker Atelier, das sie mit der Wiener E-Mail-Künstlerin Käthe Perl teilte. Im Gespräch bezog sich Friedmann-Otten auf Hoffmanns Artikel aus dem Jahre 1931 und meinte, sie hätte doch schon alles über sie geschrieben. Was soll ich ihnen dann noch Neues sagen? Um dann doch über ihre Zeit in der Wiener Werkstätte und die Pariser Ausstellung von 1925 zu sinieren. Damals knüpfte sie Kontakte zu amerikanischen Sammlern, die ihr die Immigration ermöglichten. Im Artikel über Hertha Bucher interessieren Hoffmann weniger ihre Gebrauchskeramiken wie Kamine oder Kacheln, sondern ihre figuralen Arbeiten, also das, was wir heute schon gehört haben, diese großfigurigen Skulpturen, die sie auch in diesem Artikel ablichtet und natürlich auch für ihre expressiven Glasuren. Neben Maria Lickert genoss die eng mit ihr kooperierende Architektin Liane Zimler besondere Wertschätzung. Über sie verfasste Hoffmann zahlreiche Artikel. Beide verbannt ein frauenpolitisches Engagement, insbesondere die Förderung der Berufstätigkeit der Frau. Ja und Liane Zimler war natürlich auch eine Wiener Werkstättenkünstlerin, hat auch einige Postkarten für die Wiener Werkstätte gemacht. Im Jahr 1930 intensivierte Hoffmann ihre Berichterstattung über Künstlerinnen. Anlass war der 1930 in Wien abgehaltene Internationale Frauenkongress. Viele Künstlerinnen sahen sich zu Sonderausstellungen herausgefordert. Während die Vereinigung Bildender Künstlerinnen im Hagenbund den 20-jährigen Bestand mit einer Ausstellung zwei Jahrhunderte Kunst der Frau feierte, ging die Wiener Frauenkunst mit der Ausstellung Wie sieht die Frau in den Terrassenseelen der Neuen Burg programmatisch vor. Sie stellten im Ausstellungskatalog die Frage nach einer weiblichen Ästhetik und der Stellung der Frauen der Gesellschaft. Das Arrangement der Ausstellung übernahm Liane Zimler. Von Bedeutung war die im Folgejahr von Zimler und Architektin Kitty Speyer anlässlich des in Wien tagenden Kongresses der Internationalen Vereinigung Berufstätiger Frauen arrangierte Ausstellung. In der Sezession widmeten sie sich dem Thema die schaffende Österreicherin Werk und Bild. Ziel war es, den ausländischen Gästen diverse Berufe, in denen Frauen mittlerweile erfolgreich tätig waren, vorzustellen. Zur besseren Vermittlung der oft abstrakten Berufsbilder wie das der Anwältin oder der Politikerin schlug Hoffmann vor, diese durch Porträtfotografien der in diesen berufen tätigen Frauen zu visualisieren. So wurde im Hauptsaal eine Foto- und Buchschau präsentiert. Die in Augenhöhe wie ein laufendes Band entlang der Wände aufgereihten Fotos wurden nach oben zu mit einem typografisch einprägsamen Text dem Motto der Ausstellung begleitet. Man könnte sagen, es war dies eine Deskonte-Präsentation mit modernen Medien. Eigene Seele waren den Kunstwerken der Künstlerinnen vorbehalten. Angemerkt sei, dass die Aufmerksamkeit der Kuratorinnen nur den akademischen und gehobenen Frauenberufen galt. Die Berufe der Masse der proletarischen Frauen blieb unberücksichtigt. Die Expertise, mit der Hoffmann 1927 über zeitgenössische Architektur berichtet, ist mehr als erstaunlich. Zum einen bot sie an der Akademie in Kooperation mit den Architekten Peter Behrens oder den Architekten Schmidt-Eichinger Kurse für zeitgemäße Wohnraumgestaltung an. Als Mitarbeiterin der Zeitschrift der Baumeister Architektur und Bautechnik bereiste sie die Stuttgarter Werkbundausstellung Die Wohnung, wo sie auch aus dem Blickwinkel der berufstätigen Frau argumentierte, für die die moderne Wohnung natürlich praktisch, hygienisch, technisiert und funktional zu sein habe. Hierbei outete sie sich als ein Fan von Le Corbusiers Wohnmaschine, seinem Radikalismus in der Inneneinrichtung und der Farbgestaltung. Josef Frank, der auf dieser Ausstellung viel Kritik einstecken musste, genoss unter den Gemäßigten ihre Wertschätzung, weil er eben, wie sie sagt, auf die persönlichen Bedürfnisse der Frau eingegangen sei und dass trotz des technisch praktischen, trotz technisch praktischer Sachlichkeit ein menschlicher Ton herrsche. Naheliegend, dass auch Oskar Strönerts Raumkonzept ihren Verständnis vom Wohnen besonders entsprach. Der ihr 1930 in einem Interview mitteilte, Zitat, ein Haus zu bauen und einzurichten, ist im Wesentlichen eine soziale Frage. 1932 war Hoffmann bis zur Übernahme der Zeitschrift Österreichische Kunst durch die Nazis eben als Redakteurin für Architektur und Kunstgewerbe zuständig. Und sie publizierte hier unzählige Artikel über zeitgenössische Architektinnen und Architekten. Abgesehen von den wenigen Architektinnen, wie zum Beispiel Margarete Schütteli-Hotzki, Ella Briggs-Baumfeld und Leonie Pilewski, schrieben kaum Frauen über Architektur. Das gegenüber Architektinnen immer wieder vorgebrachte Vorurteil, Frauen fehle es an räumlichen Vorstellungsvermögen und so weiter, dürfte auch in der Architekturpublizistik einen Nachhall gefunden haben. Diese war jedenfalls fest in meiner Hand. Mit dem Anschluss Österreichs an Nazideutschland wurde diese lebendige Kultur der Kunst- und Architekturjournalistik, in der sich engagierte Frauen wie Else Hoffmann eine angesehene Position erarbeiteten, konnten je unterbrochen. Am 25. Dezember 1938 gelangte die Flucht über Paris nach New York, wo sie im Jänner 1939 eintraf. Darüber, wie es ihr im Exil ergangen ist, weiß man wenig. Ein Nachlass existiert nicht. Immerhin fand sie hier Familienanschluss, da ihre Schwester Hedwig Fischer eine Ärztin in New York lebte und der in den 20er Jahren schon ausgewanderte Bruder Ernst in Montreal. In New York schlug sie sich erneut als Freiberuflerin durch, schrieb für Exilzeitungen wie die Austrian American Tribune über österreichische Künstlerinnen und Künstler, bot Vorträge, Führungen und Kurse an. 1960 verstarb Else Hoffmann in New York. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.